Hallo, ich wollte euch heute mal unsere Kappen präsentieren. Es geht ja so langsam auf den Sommer zu, die letzten Tage waren ja schon warm und da haben wir hier eine tolle Kappe, habe ich mal für euch ausgesucht, die können wir auch besticken. Das ist eine Flexi Cap, die ist elastisch, passt also auch auf jeden Kopf und hier können wir die auch wunderschön besticken hier vorne und die gibt es auch in verschiedenen Farben, könnt ihr euch ja auch mal präsentieren, die gibt es in marineblau oder in rot und auch noch in anderen verschiedenen Farben und wenn ihr die mal euch anschauen wollt, könnt ihr die auch mal bei uns vor Ort anschauen. Dann habe ich auch, weil das auch zum Sommer hingeht, Wandern, Wandern ist ja momentan auch trendig. Wir haben hier verschiedene wunderschöne Rucksäcke, die gibt es auch in verschiedenen Farben, die können wir dann hier vorne auch mit dem Namen bedrucken oder besticken, beziehungsweise auch mit dem Logo besticken, wunderschön, sehr leicht, sehr kostengünstig auch bei uns zu ordern. Apropos möchte ich euch auch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt aktuell auch die neue Internetseite mit Textilien online, das ist die www.mp-textilien.de, da könnt ihr euch auch gerne mal informieren, da haben wir auch wunderschöne Rucksäcke mit dabei, sehr schöne Textilien mit dabei, da könnt ihr euch auch mal die Sachen anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked und teilt und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.